Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode The Long Dark. Wir wählen jetzt erstmal aus, was wir mitnehmen, ne? Astrid ist rucksack. Immer mit. Das ist wahrscheinlich der T-Virus von Resident Evil. Wasser, Energie-Bars, Purification-Tabletten. Breakfast-Champions. Astrid ist ein Doktor, also wir sind dort aufgehoben. Der Distress-Pistol-Kid ist schwer, aber ich würde es lieben, dass ich in einer Erkrankungs-Situation ohne ihn enden kann. Nehmen wir natürlich alles mit. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir abstürzen. Ich weiß nicht, warum, ne? Warum kann ich meinen Packer nicht mitnehmen? Mensch. Ach, scheiße, ich habe nur 15 Kilo. Ach, fuck. Muss Astrid's Rucksack mit. Wir können auch einfach den Koffer da lassen. Wir müssen meinen Parkern nehmen und wir können gehen. Also, ja, was nehmen wir denn noch mit? Wir können einen Rucksack mit. Oh, we're in what? Your ring. Our ring. Oh, yeah. I mean, uh, I just forgot to take it off. I wear mine, too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look, I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher, doctor? What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and just drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. Really? I think about him all the time, you know? I know you do. But I did. The choice I made. I did it for us. But you don't have to. Let's just not. It's important that you hear this. There's things I need to say. Mackenzie, not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? The power's gone. The whole electrical system looks fried. Shit. What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Will? Ah, Strid. Ah! Yeah. Ah! Ah! Astrid! Ich muss mich direkt durch die Windschilden haben. Die Bäume haben meine Fall verletzt. Meistlich. Wir müssen die Blutung stoppen. Wir müssen die Blutung stoppen. Okay. Okay. Jetzt wird es echt unangenehm. Wir müssen die Blutung stoppen. Wenn ich nur wüsste, womit. Okay. 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 Herstellung. Zunderbündel. Verbandstoffe. Was ist ein Scheiße? Wir müssen die Blutung stoppen. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich fühle mich nicht so gut. Okay. 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 Das muss wirklich schnell sein. Okay. 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 So, wir machen jetzt erstmal Feuer von. Ach Scheiße, da wär Stoff gewesen. Ich bin so kalt, wir gehen Feuer machen. Oh, ich hab die Socken kaputt gemacht. Schlafe in der Höhle. Okay. 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 Ich frage mich, ob ich ein Feuer machen soll, um einfach nochmal ein bisschen aufzuwärmen. Komm schon. Oh, nein, komm schon. Komm schon. Komm schon. Das hat nicht funktioniert. Komm schon, ey. Komm schon. Komm schon, ey. Okay. Oh, scheiße. Wasser. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir wärmen uns jetzt noch ein bisschen auf und sehen uns in der nächsten Folge. Mal gucken, ob wir aus dieser Schlucht rauskommen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, gerne Abo da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.